es sind ja 15 grad fischer 87 war wohl gelesen 14.000 xp wieder sehr schön naja die eine rolle gebe ich ihm dann das gönne ich ihm aber im großen und ganzen war es noch ein guter kampf so jetzt lebenstechnische exp-technisch und so also da kann man nicht meckern kann man schonen soll man aber nicht klopp guter lieber fans holt ihr paar leben zurück hat funktioniert kommt er euch dran hier wahrscheinlich noch warum was soll es oder mein leben generiert sehr schön tja nekromant lohnt sich doch gelegentlich und weg mit dir fehlt ein letzter noch den schaffen auch noch irgendwie okay ich habe einen verloren ja gut war fast zu erwarten leider einmal drauf werfen wer am boden liegt muss noch beworfen werden idealerweise trifft er jetzt ja doch beende es bitte was war gerade guter hund wie kann man echt so ungut darauf zu sprechen sein wenn der name erwähnt werden soll so stellen heilen hier vor allem sterben die muss ich jetzt irgendwie wiederbelebe das negrofeuer nee das heißt es geht weg noch mal erholen lassen kommt zurück na komm schon ich klicke doch schon so läuft doch alles geschafft mit einem extra krassen kampf den ich ohne berät nicht gehabt hätte und das war ein echt krass ep jetzt hier insgesamt ich bin auch hier ist auch noch ein bisschen aber trotzdem ich meine das waren jetzt knapp 14.000 dinge das waren vier ich glaube es waren vier dinger also habe ich durchaus knappe also übertrieben gesagt 60.000 bekommen so ist nicht nicht ganz also schon nicht schlecht so weiter im text bitte wo ist er jetzt da habe ich aber nicht ob ich das noch mal machen kann warte kurz schade ich meine ich würde ruckzucklärde steigen und immer wieder gehen würde hier das wäre schon geil ok fällt mir gerade ein dass ich tatsächlich ewig meine geister sich nicht gemacht habe bestimmt einiges verpasst wir dadurch verdammt ich habe vorhin noch daran gedacht aber ist da nicht aktiviert ok 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 Okay. Okay. Hm. No ja. Hm. No ja. Your smoldering half demon pet can attest to that. Okay. Okay. She is the one that comes to me. Helm in hand. In a sad attempt to beg and snivel her way out of previous and quite binding contracts. Alas, I am not at liberty to say more. My master values privacy above all else. He would not take it kindly if he discovered I had been indiscreet. Okay. Wirst du vorhin töten? Sagt wer. Zumal das absolut außerhalb meiner Möglichkeit steht gerade ihn töten zu wollen. Wenn du behauptest, erst die Quest machen, danach töten. Soll ich ihn töten? Ja? Ich mein, ich weiß irgendwas mit Advokat war gewesen, aber... Soll ich ihn eigentlich töten? War es eine Quest irgendwo? Weil dann wird's doch gemacht werden irgendwann bestimmt von mir. Ich kenn mich ja. For the sake of XP, ne? You know. Ist halt sehr wichtig XP zu kriegen. Immer und immer wieder. Was mit dem nicht richtig? Mhm. Mhm. Irgendwas versteckt, okay. Kann man nur nicht bewegen, weil es zu schwer. Hm. So, hier werde ich anderweitig hergekommen. Ich will eigentlich gar nicht mal unbedingt hier alles abgehen auf der Insel, weil irgendwie ist mir die... ...zu eklig. Beim Baum der Ahnung waren die bösen gewesen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Hm, 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 hm. Was ich jetzt noch machen sollte, tatsächlich wäre vielleicht einfach mal ins... Ach ja, wir vergessen das hier zu machen. Verdammt. Ups. 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 Ach, das war ja jetzt dumm. Ha, ach, ja. Aber umso besser, dann kann ich ja... Oh, hab ich gespeiert nach dem Kampf? Oh, sag bitte, ich hab gespeiert nach dem Kampf. Oh, bitte, bitte, bitte. Das wird schön doof. Ich glaub nämlich nicht. Das könnte jetzt ein fataler Fehler gewesen sein. So ganz insgesamt. Dreck! Dreckiger Dreck! Nein! Verdammt! Ich muss noch mal kämpfen. Ah, 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 ah. Nicht so gut. Aber hilft nix. Dumm gelaufen. Ja, ja, bla bla. Okay. Hm. Hm. Die das später noch haben steht, oder? Nein, doch nicht. Nee, ich muss noch mal neu laden. Weil ich gerade überlegt habe, jetzt kann ich auch noch mal eigentlich zur Göttin gehen, bevor ich das Ritual mache, wenn ich schon mal eine Version neu laden muss. Und danach nochmal hingehen, weil sonst verpasse ich halt irgendwie eine Sache. Wenn ich halt durch da gewesen bin, jetzt nach dem einen Mal, wo ich hingehen sollte, das will ich jetzt einfach nochmal tun. Trotzdem irgendwie natürlich insgesamt ungeil, was jetzt gerade passiert ist, so. Gut. Aber hilft nichts. Erstmal das hier anmachen. Das wollte ich auch noch tun. Aber... Da scheint nichts von Bedeutung zu sein in der nächsten Nähe. Da hin. Plopp. Weil ich nicht weiß, ob ich außerhalb von hier eben das Ritual machen kann, um die Götter zu sehen. Hierher kommt. Wie unerreichbar. Was ist nicht richtig mit euch? Ach, weil schützt du es, oder was? Ist sie gar nicht. Ich meine, ich hätte auch Pyramide nutzen können, aber ich dachte, da muss ich alle einzelnen anklicken wieder. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Mann, 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 doch. Also, das Ritual performen. Manu. Ich weiß nicht, wie ich es machen muss, ehrlich gesagt. Ritual und so. Ja. Ritual wiederholen, aber... Ich weiß halt nicht, was dazu nötig gewesen ist. Ähm. Warte. Mal so machen. Kannst du mir sagen, wie es nochmal ging? Keine Ahnung mehr. Hm. Ja, nein, ja, nein. Was hast du so? Muss man ein paar neue Sachen haben eigentlich, oder? Einhand irgendwas? Ah. Mal schon mal hier ist, dann kann man mal gucken. Oh, schöne Ringe hast du auf jeden Fall. Keine guten, aber schöne. Tele... Ach, kratsch. Telekinese ist kein, äh... Dingens. Kein... Dingens halt, ihr wisst, was ich meine. Na. Teleport. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß nicht, wie das Ritual ging. Es ist ewig her. Das kann man doch nicht verlangen, dass ich noch weiß, wie das ging, oder wat? Wie war das Ritual? Ich muss Dinge rein tun, das ist mir ja noch klar, aber... Äh, ja. Da. Aber welche... Dinge... Oh. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Da. Das war's. Darf ich's nachlesen. Also. Ein Stück Schwarzwurzel. Ach, siehste, das hab ich ja. Schwarzwurzel. Schwarzwurzel. Die hab ich erst neulich aufgesammelt, ganz viele. Äh. Jetzt nur finden, wo die sind. Ist die oben irgendwo? So sah die irgendwie aus, oder? Ich glaube, ja. Schwarzwurzel. Äh. Das müssten ja einige sein. So vier bis fünf. Würde ich schätzen. Das seh ich aber nirgendwo. Schwarzwurzel. Schwarzwurzel. Nee. Äh. Äh. Ja. Schwarzwurzel halt. Hab ich hier nicht. Ist hier einer dabei? Das sind Hühnerfüße. Und keine Wurzeln. Ähm. Toll ist die Schale weg. Ah. Schale suchen. Schale suchen. Schale suchen. Schale suchen. Äh. Ja. Äh. 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 Und Schale. Wo ist die Schale jetzt? Oh Mann. Wo zum Teufel ist die Schale? Die brauche ich ja noch viele Jahre als die Schwarzwurzel. Äh. Schale? Die müsste doch hier sein bei den ganzen Sachen hier. Ist die aber nicht. Was zum Teufel? Die Schale ist weg. Vor allem müssen wir die... Ah. Dieses Dialogfeld aufploppt. Das versperrt mir die Sicht total. Kleine blau leuchtende Schale. Ach da ist sie ja. Ach sie leuchtet gar nicht mehr. Deswegen ist es nicht so offensichtlich gewesen. Okay. Türkis eher als blau. Gebe ich zu. Wobei nicht direkt Türkis. Ist ja auch gar keine Farbe. Das hat. Ach. Schwarzwurzel brauchte ich ne? Genau. Hahahaha. Hab ich aber keine. Hm. Kann ich die kombinieren mit? Schwarzwurzel. Nein. Verbrauch... Ist das ein verbrauchswurzel? Ist das magisches irgendwas? Sieht nicht so aus. Zutaten fliegen doch gut. Hier sind keine Schwarzwurzeln. Aber es waren doch Schwarzwurzeln, die ich da gesammelt habe immer oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Schwarzwurzel waren. Aber ist hier nirgendwo. Das gibt's doch gar nicht. Da sind sie. Aha. Eine reicht. Zack. Okay. So weit, so gut. Hab's doch noch gefunden. Äh, ne. Da. Äh. Äh. Obsidian-Lanzette. Habe ich Pinzette? Habe ich das noch irgendwo? Ach. Ist auch noch. Suchen dieses Zeug. Das sieht mir wie eine aus. Verwenden. Klapp. Kombinieren mit. Na. Wo ist sie jetzt? Das da. Flop. Okay. Und. Erhitze die Schale. Aus der Gefällenmagie. Okay. Schale wird hingestellt. Auf diesen Ort und erhitzt. Sollte er dann ausreichen, ne? Kommst du mal? Wo bleibt denn der? Wiegt sich gar nicht. Fiesling. Flop. Und das hier. War eigentlich so schwer, man weiß wie es geht, ne? Zack. Ab geht's. Neuer Skill. Und ja. Ich glaube echt, dass man den einst wieder wahrscheinlich gar nicht geleert hätte, wenn man das alles einmal gemacht hätte. Was ja auf keinen Fall passieren darf. Hm. Ich sag nichts damit, ne? Ich guck jetzt mal nach, weil es so aussieht irgendwie, wenn da irgendwo noch was hinführen würde. Auch die Karte entsprechend so aussieht. Oh nein. Hier ist absolut nichts. Da ist irgendwas. Weil ich jetzt bestimmt bloß zurückgehe hier wieder. Moment. Speichern! Ja. Gar nichts Neues. Ich hab nichts gemacht. Ne. Ich hab nichts gemacht. Also da hau ich. Ich muss wieder. Das ist natürlich nichts in Ordnung. Ich frag mich auch gerade, ob ich vielleicht mit einem anderen als Fane reingehen könnte. Kann ich aber jetzt mal nochmal versuchen. Wenn ich dann drei Dinge hab. Was ja demnächst der Fall ist. Ich muss den Typen ansprechen. Das ist ja alles easy. Zum Glück. Schon noch sie eigentlich. Jetzt krieg ich zack zack zack. Alles voll. Und bin schon fast zu den Endkampfstimmungen, was das angeht. Ja. Ja. Ich. Ja. Ja. Es bringt mir auch nur wirklich nicht gar nicht richtig was mit zwei Punkten, weil es wie schon gesagt, es ist auch nicht so geil jetzt das zu haben. Ähm. Ich bin mal so. Fährrei. Na klar. Aha. Na klar. Okay. Hey. Zum Glück. Oh ja. Komm. Gib her. Du siehst. Du siehst mit unseren Augen. Du kannst noch einmal die Sauber aufzunehmen. Aber jetzt musst du die Teile aufzunehmen, um es zu nehmen. Okay. Amalia smertet. Und du merkst es für den ersten Mal, zwei vampirische Fane glistene unter ihr oberen Lippen. Oh. Eine Böcke von Magick entlangscht dir. Und du fühlst einen insatimable Angst für Sauber. Okay. Geh an. Ich bin hier für dich. Sie ist ein Vampir. Boah, das ist bei Ellen Götter irgendwie ganz komisch sowas. Ah. Nonsens. Es ist dein Recht. Du fühlst die ultimative Macht der Macht. Der echte Lust des Gottes. Mhm. Klingt tatsächlich nicht richtig. Geh an, mein Lieber. Devour mich. Quellenvampirismus. Haben mich ja ein Rett nicht ausgerüstet. Oh doch. Ist immer bei mir jetzt. Okay, cool. Dann muss ich mal eben das auch ummodeln. So. Kommt das weg? Keine Ahnung. Kommt das weg? Kommt das auch weg? Und dann kommst du mit da ran. Ich will es da anhaben. Dankeschön. So. Achso. Da war ja noch was. Spezialding ist von dem Charakter. Egal. Abgewehrt. Lege entziehen fest. Eine Leiche um Quälfunk zu halten. Ah. Ah. Ist eigentlich ganz cool. Tatsächlich. Okay. Wenn du willst. Bitteschön. Das da. Nein. Nein. Du bist mehr als was du damals warst. Mehr als was unsere Menschen jemals waren. Okay. Lass mich dir die eine Wahrheit über unsere Existenz erzählen. Wir sind die Leine in einem Welt von Lämmen. Es ist um Kraft. Und Kraft wird nicht gegeben. Es wird mit allen sehenden Augen und allen konsumenden Teilen genommen. Also auf jeden Fall kann ich im Kampf ehemals meine Quellenmagie benutzen. Und nach dem Kampf kann ich meine Quellenmagie anhand der Gegner auffüllen. Zumindest bei einem Charakter. Könnten wir jetzt doch öfter mal sowas anwenden vielleicht. Du kannst die Säulen dieser mordlichen Mordel sehen. Und nun kannst du sie von ihnen zu deinem leckeren Herz entfüllen. Okay. Also fülle, mein Lieber. Denn du wirst sterben, bis du endlich auf dem Welle des Ascensionen fehlst. Wobei ich echt gerade den... Ich weiß nicht, wieso ich gerade dran denken muss. Aber wenn ich das Spiel nochmal neu spielen sollte. Irgendwie auf der Switch. Vielleicht wird es eigentlich mal was kommen sollte. Wäre ich glaube ich Ifan tatsächlich als Beschwörer nehmen. Und sie als Dieb. Weil er den Quellenwolf. Genau. Wegen Quellenmagie. Haha. Das wäre ein super cooler Zusatz eigentlich. Für noch eine Beschwörung. Das hier. Bei all means fast if you must. But your hunger will soon trump your all too delicate feelings. Na toll. Your soul must grow bigger still. Your inner self become a vast expanse. So that it may house divine power. Okay. There are more masters of the source. More aspects of the things to learn. The hunt continues, my child. Also einmal kann ich auf jeden Fall noch. Das einmal weiß ich nicht genau. Gut, dann gehen wir halt wieder. Das hier. Na. Vampirism. As if killing a creature weren't enough. You should utterly destroy it soul too. A dark skill. But certainly useful. Ja, absolut dark. Aber dann wiederum ging es auch wieder. Wenn du so sagst, klingt das gut. Haha. Her breathing is shallow and ragged. Hat jetzt bestimmt Schiss davor, dass ich sie auch raussauge. Very well then. But as you lack the glowing eyes of the divine. Or the purpose of one soon to be divine. I trust you need more source. No. You need. Another master of source naturally. I just pray that you stole from them. Ja, ja. Ich kann ja sofort holen, wenn ich will. Hier gibt's noch einen neuen Skill. Erstmal aber hier fülle ich mal auf natürliche Weise auf. Ist ja offenbar endlos der Behälter hier. Warum auch immer. Weil es ist ja nicht wirklich endlos das Behältnis. Aber egal. So. Liebe Leute. Das soll es heute wieder gewesen sein bei Divinity Original Sin 2. Ich bin immer noch sehr gespannt darauf wie es weiter geht. Das ist ein echt tolles Spiel. Es macht einfach nur Spaß kann ich sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.